Seit wir klein sind, wollten wir immer ein Jemand sein, unabhängig unsere Träume leben. Wenn wir groß werden, alles anders machen. Die Welt zum Guten ändern. Die Tage genießen, denn irgendwann sind sie zu Ende. Es hat sich viel geändert. Es wurde nur nicht besser. Was ist aus uns geworden? Werde libertär. Werde ein Jemand. Komm mit uns mit. In die Freiheit 2021. 2021.